So, da sind wir wieder bei 212 und müssen uns über diese Kugeln hier drüber hinwegsetzen und nicht schon wieder so ein Teleporter-Rätsel. Erstmal an das Teil ran. So. So, das dürfte hier nämlich den. Und damit können wir das Ding bewegen. Achso, das ist falsch rum, okay. Kapiert, kapiert. So rum. Ich habe nämlich jetzt gerade erst gesehen, dass da oben der andere Teleporter festklebt. So, deswegen brauchen wir den. Auch hier. Ja, das ist eigentlich so, wie es laufen sollte. Da oben ist aber auch noch etwas, da will ich nachher ran. So, ich tupse. Äh, blöd gelaufen. Nein, ich will runter. Ja. So, wieder das Teil da dran. Mal zu Soja wechseln. Und dieser dann hier. Äh, erstmal muss der ein Stück weiter rüber und von wie aus kann er auch ruhig ein Stück runter. Äh, nein. Jetzt weiß man, jetzt mache ich da die Kiste hin. Die wird da ruhig gehoben. Äh, nein. Ja, das müsste jetzt aber reichen. Wieder ein Zerg. Eingefrorener Zerg. Also, ganz ehrlich, die sind nicht gerade besonders schwierig, diese Zerg. Oder komische Riesenspinnen. Was auch immer das darstellen soll. Ha, da haben wir jetzt gerade einen runtergeschubst. Hier sind nämlich noch jede Menge Erfahrungsfiolen. Aber den Zerg will ich mir auch nicht entgehen lassen. Äh, der Zerg ist glaube ich tot. Auch gut. Ja, rüberhüpfen. Oh, und da unten ist mal wieder so ein roter Kochtopf. Und hier oben sind schöne Sachen. Sammelgedicht. Meine Schwester ist schlau, der Verstand wohl geübt. Doch sorge ich mich, da ihre Stimmung sich trübt. Oh, diesmal kein Gedicht mit einem, äh, mit einer neuen oder einer anderen Zahl drin. So, ich will da rüber. Ah, nein, das war nicht so getan. Die Kiste kann weg. Und das war nicht so gedreht, wie ich es gerne hätte. Äh, die Kiste bitte runter da, da ist sie nämlich nur im Weg. Äh, ja, fast geschafft. Lasst mich da hoch. Äh, ja. Und hier hoch. Aber da kann ich das einfach runterschlagen. Ja, kann ich runterschlagen. Ich komme so an die beiden Fiolen ran. Aber die letzte da oben hätte ich auch noch gerne. Ich platze das Brett wieder da hoch. Und sie da hoch. Bringt nicht viel, weil wir von da aus nicht wirklich springen können. Und deswegen bauen wir uns einen Turm. Uah, so. Und können jetzt dann da runter. Obwohl ich gerne noch da rüber würde. Dauert sich davon auf jeden Fall schon mal die Monster aus dem Kessel. Und ich weiß gerade gar nicht warum. Ah, das könnte ich theoretisch anheben, um da rüber zu kommen. Diese Viecher sehen auch komisch aus. Oh. Jawohl, ich habe es da rüber geschafft. Und habe so die Feuerzufuhr, die eine abgestellt. Äh. Und die Feuerzufuhr würde ich auch gerne abstellen. Das hier sieht jedenfalls noch was Interessantem aus. Ich kann aber nicht hier zufällig. Nein, kann ich nicht. Äh. Wie auch über das hier schon wieder gehen soll. Den Hebel anschießen kann ich nämlich nicht. Und da rüber komme ich auch nicht so leicht. Meine Kisten sind leider nicht feuerfest. Wow. Ich habe es tatsächlich geschafft. Okay, so ging das hier einigermaßen. Vielleicht nicht die Ideallösung, aber sie hat funktioniert. Okay, wieder hier hoch. Mittlerweile dürfte ja auch der Feuerkessel hier aus sein. Und wir dürften hier weiterkommen. Oh, wieder ein Portal. Das diesmal angekettet ist. Oh, wieder geht's. Na, jetzt bin ich unten durchgeglitscht. Und an die letzte komme ich auch so ran oder her. Sehr gut. Hier wieder eine Kiste drauf, dass die Luke aufgeht und wir hier runterkommen. Lesen. Danke für das Medaillon, Rosie. Was für einen Spaß wir hatten. Lass uns das das nächste Jahr wieder machen. Herzlichen Glückwunsch, Liebes. Ich liebe dich, Isabel. Hier fliegen überall Briefe von diesen Frauen herum. Ich glaube nicht, dass wir immer noch nach Blumen suchen. Glaube ich auch nicht. Also, so wie es aussieht, war die eine Blume eine dieser beiden Schwestern. Wow, mal ein Teleporter, der irgendwo hinführt. So. Na, damit mache ich das Tor auf. Auch gut. Wow. Hier ist der Krieger gefördert. Und jetzt die Diebin. Nein. Nicht so schön. So geht das. Ah, ja. Kann ich das Portal einfach dagegen drücken? Nö. Ah, ich weiß, wie das funktionieren soll. Du sollst die ganze Zeit da drauf schießen. So. Und irgendwo konnte ich mich jetzt hier festhalten. Ja, wieder zerkläbig anspucken und sogar sie von hinten anschleichen. Noch so ein Krieg. Kommt noch eins. Scheint nicht der Fall zu sein. Oh. Und hoch, da. Oh, ihr schwebende Plattform. Und ein Riesenrad. Wie funktioniert die tiefschwebende Plattform? Ach, einfach bloß draus stehen bleiben. So. Jetzt hat das Riesenrad aber Schwung gekriegt. Komm, ich will erst mal da hoch. Äh, falsch. Äh, Paula. So. Krieg das noch hin mit dem Riesenrad hier? Nein, krieg ich nicht. Ich hagel mich einfach an diesen fliegenden Plattform entlang. Was hat man die, die Binden? Oh, noch ein Secret. Was ist hier? Sammelgemälde. Okay, ein großer Eistroll. Willst du das Spiel in irgendeiner Form spoilern? Da drüben gibt's nichts mehr, oder? Nö. Scheint nichts mehr zu sein. Na, das war nicht gut. So, du kannst hier bleiben, Kiste. Und wir können abstürzen. Und wir können abstürzen. Okay. Nein, nein. Du sollst nicht da runterfallen. Du sollst hier oben bleiben. Du sollst auch hier oben bleiben. Du sollst auch hier oben bleiben. Noch ein Stückchen höher, bitte. So, da können wir... So, da können wir... Das schaukelnde Ding hier benutzen, um da hoch ranzukommen, wollte ich sagen. Aber reicht nicht ganz. Und der Sprung reicht auch nicht ganz. Und der Sprung reicht auch nicht ganz. Nein, ich wollte eine Kiste. Und ich will nicht da runterfliegen. Dann springen wir erst hier rüber. So, da machen wir dann da eine Kiste drauf auf das Ding. Und wollen wir uns, dass es jetzt nicht mehr richtig schwingt. Mist. Da müssen wir die große Fiole wohl dort lassen. Und ich mache hier an dieser Stelle wieder einen Cut. Etwas deprimiert. Aber ich mache ihn mal. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.